Ja, heute reagieren wir auf Land of the Bababig. Ähm, witzigerweise, also ich hab wirklich, kein Witz, ich hab die Reaction reinbekommen, kannst du mal drauf reagieren? Ich hab mir das angeguckt, du weißt schon, dass es französisch. Ja, also grüße gehen übrigens raus. Äh, kannst du französisch? Nein, aber die Animation ist cool. Ja, gucken wir uns halt die Animation an. Ich, also ich kann auch gehen französisch, ne? Gucken wir mal rein. Ich kann noch nicht mal deutsch. Also, von daher, wie soll ich da französisch können? Gesundheit. Ey, war großer Nieser. Hallo. Oh, Death Note. Alter. Oh, ich hätte, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hätte schon gerne, das Buch, ne? Also, da, ich hätte so ein paar, ne? Wo man da so, die man so reinschreiben könnte, ne? Wäre nicht schlecht, ne? Und vorher sollen sie bitte das ganze Geld auf mein Konto überweisen, ne? Also, so ein Buch ist schon, man muss ja sagen, man braucht ja auch nützliche Gegenstände im Leben. Und das wäre so ein Gegenstand, könnte man auf Amazon verkaufen, könnte man jedem, jeden so ein Death Note geben. Finde ich eigentlich nicht schlecht, oder? Was haltet ihr davon? Finde ich doch gut, ne? Das wäre ein Kassenschlager auf Amazon. Das wäre ein Kassenschlager. Ich glaube, ich mache mich damit selbstständig. Was war denn das? Ja, so habe ich immer geguckt. Genau so habe ich geguckt, ne? Wenn, wenn eine Klassenarbeit, ähm, auch damals, ne? Das war noch, ähm, noch im Zweiten Weltkrieg, wo wir dann eine Klassenarbeit bekommen haben. Da habe ich mir die Klassenarbeit angeguckt und habe mir so gedacht, ne, das hatten wir nie dran. Das ist definitiv, also davon hatten wir nichts dran. Das stimmt nicht. Davon hatten wir hier nichts dran. Also gucke ich immer. Wenn, wenn mich jemand fragt, was ist 1 plus 1, gehe ich dann in diesen Ruhestandmuster. Das nennt man Stand-by, ne? Das ist nicht der Weihnachtsmann. Also, Oma Wutz ist da. Opa Wutz ist da. Baba Mama ist da und die Kinder sind da. Da wissen wir ja schon mal, wieso Peppa Wutz nur ein Brüderchen hat, ne? Ihr seht, da ist das Schwesterschen. Das liegt da, ne? Ja. Du willst, dass ich Mama Pig bebebe? Ja, das ist ein Juni. Ist das geil? Ich bin übrigens auch ein... Ja, man würde schon sagen, ein weltbekannter Eiskunstläufer. Man kennt mich noch nicht mal hier in der Gegend. Man kennt mich nur in meiner Wohnung, so gut, so weltbekannt bin ich. Und wenn ich Eiskunstlaufen, wenn ich auf dem Eis bin, bin ich wie eine Fee. Ich bin wie eine dicke, fette Fee, die sehr übergewichtig ist und die sich bewegen kann wie ein Walross. Und ich nehme auch zum Eiskunstlaufen immer diese, ja, die Hilfen mit, ne? Also man hat ja dann immer so, keine Ahnung, Giraffen, wo man sich festhalten kann. Eisbären, wo man sich festhalten kann. Übrigens, jetzt wisst ihr, wo die ganzen Eisbären sind? Ja, die wurden ausgestopft, ne? Ich brauche irgendwie... Irgendwie muss ich mich ja festhalten. Ich kann ohne festhalten die Eiskunstlöwen. Geht nicht. Ist nicht mein Element. Mein Element ist sitzen. Das kann ich. Da, wirklich, da bin ich wirklich... Also sitzen kann ich, ne? Geile Animation. Sehr geile Animation. Also ich muss wirklich sagen, also ich finde, so das Death Note sollte... Ja, sollte ja in Produktion gehen. Also Amazon würde damit definitiv, ähm, gerade so vor Weihnachten, das ist ja... Würde ich ja auch dann, wenn ich eine Tochter hätte, würde ich das ja auch meiner Tochter schenken. Ähm, dann würde ich aber ganz schön meinen Namen erinnern, ne? Also sicher, sicher. Und meinen Namen niemals verraten. Aber das ist ein Kassenschlager. Und ich glaube, wenn jetzt jemand da drauf ein Patent anmelden würde, ne? Und die Bücher dann drucken würde, ich würde es mir holen. Ich würde es mir echt holen, ne? Wie schon gesagt, meine Liste ist lang. Die ist sehr lang. Die ist sehr, sehr lang. Ne? Und da fallen mir schon so bestimmte Dinge ein, wie dann die Leute, ähm... Ja. Ähm... Sterben. Ne? Also ich finde es gut. Also es ist ein schönes Weihnachtsgeschenk, aber auch ein schönes Geburtstag. Es ist so ein Geschenk, das kann man immer geben. Death Note kann man immer geben. Immer. Also kann man mir auch jeden Tag ein Buch geben, ne? Also wie schon gesagt, ich kriege es hin, an einem Tag ein Buch vollzuschreiben. Das kriege ich definitiv hin. Ne? Dann brauche ich ja eh wieder ein neues Buch. Also mal gucken. Ich habe gerade so überlegt, ob ich mich damit selbstständig mache. Ähm... Ähm... Dann würde ich dann, also wenn ihr dann jemanden ins Buch reinschreibt, würde ich dann zu euch kommen, dann müssen wir erstmal die Verträge, die AGBs, kennt ihr ja, ne? Müsst ihr dann erstmal akzeptieren. Dann muss ich erstmal gucken, ob ihr, ähm, kein Roboter seid. Äh, das müsst ihr dann auch, das Capture müsst ihr dann auch akzeptieren. Und, ähm, ja, dann guckt man mal, ne? Dann guckt man mal, dann sagt ihr so, wie ich das machen soll, ne? Und, äh, ja, kriegt man hin. Kriegt man, ich denke mal, das kriegt man hin. Kriegt man hin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Äh, guckt unbedingt das Original-Video an. Guckt vor allem auch die anderen Videos an, wenn ihr Französisch sprechen könnt, wie ich Deutsch. Ne, dann guckt es lieber nicht. Ne, dann, ne. Lieber nicht. Lieber nicht. Dann, dann guckt euch das nicht an. Bitte nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt das Original-Video an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, blablabla. Lasst Wortschirm da und schauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Haut rein und tschüss. Bis dann.